1. More. Level. All-In-Games. 5-0. 5-Games. 3-D-Realms. Und irgendwas anderes. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. 5-0. und cyberpunk setting coole sache und auch mit diesem grad an der wand entlang rennen das hat mich sofort an mirror's edge erinnert und allein die beiden sachen finde ich schon sehr interessant und ich habe gesehen dazu gibt es eine demo also hat mich auf den ersten blick überzeugt aber ich bin mal gespannt was es genauer damit auf sich hat und deswegen höpfe ich hier einfach mal relativ ins blaue und ich würde sagen wir schauen uns diese demo einfach mal an einstellungen was ich schon mal gemacht habe untertitel an das spiel zumindest die demo hier ist textlich auf deutsch aber sprachausgabe ist auf englisch und dann mache ich die untertitel einfach mal an sonst habe ich es mittlerweile ganz gerne ohne untertitel aber in dem fall mache ich es einfach mal an ich habe schon mal ganz kurz reingeschnuppert ohne mir dieses intro anzugucken und da ist mir aufgefallen das spiel die demo scheint noch nicht so optimiert zu sein denn gut es ist meistens so die höchsten einstellungen wenn es heißt grafikeinstellungen ultra oder sehr hoch und dann zunächst niedrigeren die unterschiede sind da meistens marginal so auch hier aber hier hier ist es dann wiederum so dass die bild wiederholrate dann doch merklich anders ist ich konnte keinen wirklichen unterschied zwischen diesen einstellungen und den höchsten erkennen aber es war halt bedeutend flüssiger und deswegen so cyberpunk setting hat auch tolle musik die drehe ich einfach mal auf anschlag oder vielleicht ein stück leiser ich habe das glaube ich mal getestet ich mache zumindest mal auf 85 es gibt ungespeicherte änderungen wirst du sie verwerfen nein ich möchte sie übernehmen gut habe schon gesehen es gibt hier eine sehr interessante taste über der tastaturbelegung das war glaube ich die x-taste moment kypernetischer haken das ist bestimmt das ding womit er sich geschwungen hat in diesem kleinen intro hier x verspotten das gucken wir uns gleich mal an aber genug hier herum geeimert das ist ungespeicherte änderung nein ich bin jetzt einfach geht gar nicht ich habe gar nichts geändert oder ausgegauert okay gut dann springen wir mal rein ich denke mal die wird nicht so lange gehen die letzten demos die ich gespielt habe wann auch unter einer stunde geschafft also wird das mal wieder ein einteiler mal gucken wir haben ja zeit ja es war mein test spielstand neu ja ja Du bist hier. Kannst du mich hören? Sie sind schon für dich. Also dieses Setting und die Musik dazu, das ist einfach geil. So, gleich mal die X-Taste ausprobieren. Verspotten, verhöhnen. Ja, ich glaube, wir sind nicht so ganz menschlich. Ob wir komplett nicht menschlich sind? Keine Ahnung. Ich habe noch nicht viel vom Spiel gesehen, das will ich jetzt einfach herausfinden oder dann einfach später im fertigen Spiel, wenn ich es spielen sollte. Boah, dieses Setting einfach cool. Wir haben ja schon im Intro gesehen, das Spiel ist schon ein bisschen brutal, brutal. Aber es ist ja kein Problem. Hier wird Müll verbrannt. Das Feuer sieht etwas eigenartig aus. Vielleicht sieht das in Zukunft einfach so aus. Wer weiß. Oh. Oh, man kann mal draufklären. Hier ist sowas wie ein Restaurant. Ah ja. Die Tore sind zu, aber das Futter ist draußen. Sehr gut. Ha, sieht das cool aus. Aha, ein Wegweiser. Kann man da drauf springen? Jo. Geht sehr schön flüssig über. Okay. Na gut, wir sind weich gelandet. Gibt es Fallschaden? Kann man da noch hüpfen? Klettern? Ja, Moment. Das probieren wir jetzt aus. Mist. Schon wieder. Äh. So. Kann ich denn in der Wand entlang rennen? Nee. Äh, 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 äh. Oh. Fallschatten gibt es offenbar nicht. Da oben ist auch bestimmt ein Geheimnis, oder? Was man überhaupt drauf stehen kann, ist auch so eine Sache für sich. Wobei, das sieht aus wie verrostetes Metall. Das ist kein Stoff. Können wir jetzt zum Ausgangspunkt zurück. Okay, soll man glaube ich nicht hoch. Na gut. Was haben wir hier noch so? Ja, kein Schwein lesen. Entschuldigung. Oh, oh, eine Drohne. Ist ja nicht schade. Ist nur eine Kleinigkeit, aber... ...dass man diesen Dampf hier nicht... ...in Anführungszeichen durchschneiden kann. Dass der auf unsere Klinge reagiert, das wäre schön gewesen. Na gut. Boah, wie das cool aus ist. Ich möchte mir ja auch Zeit lassen, denn... ... allein schon dieses Setting hier, das will ich einfach gerade aufsaugen. Hahaha. Cool. Schlüsselmeister. Und der Flüsterer, der in einem Gefängnis sitzt, der spricht zu uns. Jetzt kommt Samara's Edge ins Spiel. Wir springen an einer Oberfläche, um an der Wand entlang zu laufen. Kommt der Bus gleich. Kann man eigentlich auch rennen? Das ist nicht rennen, das ist Rutschen, ne? Ja. Interessant. Ein Trespasser hat in der Metrostation gespottet. Das ist schlecht. Du musst deinen Weg weg aus hier. Freikämpfen. Was ich auch schon weiß, aber das war's dann auch schon. Wir haben keine Lebensanzeige. Wenn wir getroffen werden, war's das sofort mit uns. Aber das Spiel ist... ... wie es halt auf den ersten Blick auch schon scheint. Oh, das sieht cool aus mit dem Wasser. Sehr flott. Das... ... Schnellladen geht auch wirklich. Mit Betonung auf schnell. Schnell. Da oben ist ein besserer Bub. Hä? War eigentlich gerade jemand? Wand, Lauf und dann auf ihn drauf springen. Klingt gut. Ja, das führt zu einem anderen Zentrum. Alter. Hier du. Fertig. Hahaha. Diese abzumitzeln und dann noch diese Geste dazu. Schon fies. Oh. Oh. Cool. Ich mag hier Mirrorless Edge sehr und... ... das Spiel... ... 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 Ich könnte auch noch die Habebande nutzen Oh, die Pfütze Hat uns aber einen mitgegeben Okay, da muss ich näher dran sein Oder auch nicht Das war mal ein Tod von oben Nicht gut Ich gehe wieder die Seite entlang Da waren die ersten drei relativ einfach zu erledigen Nee Also wenn man sich da sehr reinsteigert Kann man auch schnell einfach mal Maus oder Tastatur fliegen lassen Aber Da sehe ich bei mir kein Potenzial Oh, der hat es überlebt, der blöd Arsch Du stehst den Weg Das ist wie morgens auf dem Weg zur Bushaltestelle Du stehst den Weg Weg Als ob ich Bus fahren würde Weder bringt uns jetzt um der Arsch So Gut Die Wand hat mit uns gesprochen Die Bewohner Die wurden ja angeregt In die Wohnung zu gehen Das ist aber genau die gleiche Stimme Die hier auch schon gerade gesprochen hat Jetzt fehlt die Musik komplett Das ist aber komisch Das klingt echt komisch ohne Musik Kommt jetzt gleich das Ende der Demo Hat gerade erst angefangen Spaß zu machen Also die ganze Zeit schon Spaß gemacht Aber Das war es wirklich Schätze ich mal Nee Schön Runterfahren könnten wir nicht mehr Höhenangst Höhenangst Das sieht so cool aus Turm Da muss ich sofort wieder an Half-Life 2 denken Die Zitadelle Augen auf Beim Wandlauf Das kommt jetzt auch noch Ja klar Dafür gab es ja extra eine Taste Stimmt Ah Oh Das glüht Nee Es wird beleuchtet Ah 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 Oh falsche Seite Ist nicht so gut Ja wenn du das alles in einem Rout schaffst Ohne zu sterben Das muss Laune machen Das ist wie bei Mirror's Edge Wenn du einfach den Dreh raus hast Und das alles fließt über geht Da bekommst du so einen tollen Spielfluss rein Das macht dann einfach nur noch Laune Au Nicht schon wieder Noch an der gleichen Stelle Ui Ah das ist ja auch noch ein Haken Uah Er braucht noch einen Bus Wenn er sich sofort bewegen kann Mal so nebenbei Oh Gott Ich bin so gut Ich habe gesagt Er vorher Bescheid Dass wir aufpassen sollen Okay Jetzt zwei Haken Über jeweils einen Na Jetzt gehe ich fast in den Schuss Näh Hey Hallo Näh Okay Okay Nach Mann Näh Was soll denn das Blöd Mann Ich könnte auch die Wand rechts benutzen Hm Hm Ich könnte auch sterben Ich gehe wieder nach links Wobei im Zweifel nach rechts immer Zuerst Aber hier komme ich erstmal besser in Schuss Sozusagen Weg hier Scheibenkleist Hier ist nichts mehr Doch Eigentlich war das schon Zu Ende Aber wir haben uns noch irgendwie rausgerettet Wild Tasten drücken hilft schon Erfolg Ah Ich sag's noch Erfolg Erfolg auf der rechten Seite Au Cheater Cheater Oh oh Näh Jetzt werden wir in den Prozessor kehren Mann Hoppala Das Spiel leidt ein für sicher kurzen Kommentare So Ja sowas eben Ich glaub das könnte die schwierigste Stelle bisher im Spiel werden Hat er gerade den Schuss abgewehrt Geil Wieso hat man das nicht vorher gesagt, dass das geht Jetzt muss ich das selbst herausfinden Wobei sowas macht ja auch Spaß Spielmechaniken selbst herausfinden Durch Zufall Oh hallo Hm Wenn man die noch zurücklenken könnte die Schüsse Das wär ja richtig cool Vielleicht geht das dann später noch im Spiel Im fertigen Spiel Ghostrunner Wir sind einer von den Ghostrunnern Schätze ich mal Bleib immer in Bewegung So ist es leichter zu überleben Ja man kann auch schnell die Orientierung verlieren Und runterfallen Ja ja Angetäuscht Haha Näh 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 Nicht gut Oh shit Mann Ich krieg den dritten hier überhaupt nicht Den dritten bösen Bub Zuverlässig zwei bekommen Das wär ja schön Aber selbst das bekomm ich nicht auf die Reihe Immer in Bewegung bleiben Zwei sind's noch Hu Ha Ha Einfach alles drücken Oh jetzt renne ich sogar in den Schuss Um die Dinge abzuwehren Es war nicht gut Dass ich das ja rausgefunden habe Hab ich das Gefühl Nein Scheiße Der letzte oder Der vierte Oh jetzt bin ich fast in dem Fluss drin Ich bekomme das dann langsam raus Nö Ich wollte mich gerade anhaken Du blöder Hammel Mann Es läuft gerade gut Ich hab's mittlerweile so Ansatzweise raus Ich hab auch langsam mal Zeit Es läuft immer auf das gleiche Je nachsiemlich anhaken Und dann runterlassen Kurz davor nochmal nach rechts Ah jetzt hab ich die Leer-Taste gedrückt Statt ausweichen Das war nicht gut Hey Sag mal Das ist nicht nett Das fällt mir jetzt ein Das ist nicht nett Was er macht Ich muss mehr darauf hören Ob ein Schuss kommt Und Daraufhin ausweichen Geärgert Kann ich nicht Muss ich ihn angreifen Und nicht den Schuss abwehren Beleid man Oh oh Nicht nah genug rangekommen Das war jetzt wieder zu früh Ich muss Schon nach genug rangekommen Ja Ja Wieder zu früh Ja Das Katana bräuchte noch Eine Bumerang-Funktion Wenn wir zu weit weg sind Dann bitte werfen können Jetzt Nicht sterben Außer er Haha Endlich Das macht aber Spaß Ich guck mich gerne um Weil das einfach cool aussieht Der dezente Wegpunkt Ah das gefällt mir wiederum So ein ganz dezenter Wegpunkt Wie hier Der uns sagt was lang geht Oh hier hinten hätte es Schutz gegeben Oh 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 Böse Bubs Schon wieder Aua Da ist Aua Ja genau Da Wie ich genau an die Kante rankomme Ich scheitere schon daran Zu den Gegnern zu kommen Warte früh Äh Das ist nur noch er Ne Da sind zwei Boah Geh ich wieder Nein Äh Gostrunner Toto Ghostrunner Gostrunner Oh nö Ich renne genau rein Ich dödel Hätte gedacht das wäre zu früh gewesen Mist zu früh Mist zu früh Das Spiel Da es eben auch nicht so lange Ladezeit hat Nämlich gar keine Wenn man gleich wieder drückt Neigt man dazu einfach nur sowas Zu sagen wie Hey Okay Zwei die auf einer Linie stehen Interessant Ah jetzt schießt bloß einer Hehehe Sterb trotzdem Alter war was zwischen uns Okay da komm ich auch wieder hin Nein Wir haben das wahrgenommen Was er gesagt hat Stop running Stop running Ja fang du doch mal an zu laufen Wenn er was gegenlaufen hat Gut dann kann ich es verstehen Warum er bloß stehen bleibt Aber die bleiben ja relativ An der Position stehen Weil sie Sich sagen Hey ich hab Fernkampfwaffen Schießeisen Da haben wir jetzt Oh Gott So Oh Hoi Hey geht mit dem Beat Oh das ist jetzt Endkampf Für die Demo schätze ich Ui Oh nein die Musik Gefährliches Terminal So ruhig ist hier ein Geländer Sonst könnte ich ja herunterfallen Ah darf ich nicht drauf Hm Gar kein roter Knopf Ist ein gelber Hubala Oh Klebstoff drauf Ah Free at last Pleasure to meet you Face to face that is Now Let's take a look Inside This may feel A little strange Der hat uns ins Licht geführt Das ist bestimmt der Bösewicht vom Spiel Den wir jetzt freigelassen haben Welcome to Cyber Void Time to fix you up You can talk here Toch nicht Who are you You can call me Architect Who am I You're a ghost runner Number 74 To be precise That will have to do for now Your physical body Is vulnerable Time runs slower here But we should still hurry Just keep moving I will take care of your recalibration Is das ein cooles Spiel Ist das ein cooles Spiel Oh Ich würde eigentlich was drauf Um hier runter zu gucken Ne wir springen automatisch drüber Nicht gut Was bedeutet denn der Kopf da unten Unter der Zeit 13 33 Jetzt angehalten Und darunter Kopf 2 Ist doch nicht erst mein zweiter Versuch Wenn ich jetzt nicht auf den Boden gucke Fallen wir irgendwo runter Der Flüsterer Ah nein Hier geht das nicht mit dem Boost Ich wollte Abkürzung nehmen Hm Gern halt nicht Das geht noch Das ist deine Verarsche hier Oder mit dem Weg Oh oh Ist doch ein schönes Rot Ich erinnere mich an Ein Kampf Andere wie ich Ein Fall Du hast von Dharma-City In die Basis-Distrikte Es ist ein Miracle Ein Fall wie das Selbst für jemanden wie du Ein Flüsterer Ein Flüsterer Ja Du hast ein Begibt Du bist Sie sind Bιοverte Arbitrat Und Und Tudo Das Die Wir brauchen Kita Du hast Wir versuchen die Wurzeln Das ist Das ist Das ist Bios? Hoppala. Guck mal, was ich Schönes hab. Ah, immer in Bewegung bleiben. Äh, rekalibrieren. Was sind das Grüne da oben? Bewegliche Plattform. Es war eine Frau. Der Name ist Mara. Or the Key Master, as she calls herself now. 20 Jahre alt, sie standen gegen mich. Es war Sie, ich warst. Du hast du. Ich... ...mierde. Mein Körper hat, irgendwie. Dank an die Precantien, ich bin noch hier. Obwohl diese Formen hat es... ...limitations. Du kannst das sagen. Du kannst auch sagen, Dharma Tower ist ein Skyscraper. Ja, technisch korrekt. Das ist cool, man. Hätte man uns nicht gleich einen direkten Weg geben können? Gut, da ist jetzt gerade sehr direkt, aber vorher. Was ist die Tower, dann? Humanity's Home. Eine megastruktur, die einmal ein Millionen gegründet wurde. Es war unter meiner Arbeit seit ihrer Kreuzung. Fast ein Jahrzehnt. Ich servei die Leute, kept sie safe. Maintain die Hilfe, die ich gefordert habe. Aber Mara hatte ihre eigenen Plan. Sie wurde der einzige Ruler der Tower-Dharma. Wie groß die alle sind. Ist das die Mara? Und ist das der Flüsterer, oder? Ups. Oh. Das werde ich jetzt einsammeln. Das ist die Schlüssel. Die Schlüsselmeisterin. Komm schon. Ich will in die Richtung. Das Spiel wird hier ganz schön... Auf einmal wird dem Spiel ganz schön die Schnelligkeit entzogen. Mit diesem Abschnitt hier. Wir sind gesprungen. Währenddessen haben wir das... Katana geworfen. Samu Raichweil ist echt cool. Warum kann ich mich nicht normal sein? Oh, es ist perfekt normal. Es ist dich, der hat sich... Incompatibel. Die Incompetenten Prepares, die du gefordert hast, macht dich divergen. Du funktionierst nicht mehr wie ein Ghostrunner. Aber wir ändern uns das. Wer mich verabschiedet hat? Das wäre die Schlüsselmeisterin. Ein Grupp von Rebels, die versucht zu opposieren Mara. Wo sind sie? Sie sind tot, ich bin Angst. Sie wurden getötet, bevor ich dich konzentrieren konnte. Aber es ist kein Zeitpunkt, um sie zu beschäftigen. Wir sind fast fertig hier. Schrauben Sie auf. Okay, ich halte mich ran. Wir brauchen den Schlüssel bestimmt noch. Ähm. Okay, das geht. Wo müssen wir denn gerade hin? Einen Wegpunkt gibt es nicht direkt. Das hier sind die Außenwände. Wir haben jetzt ein paar Schlüssel eingesackt. Lassen wir jetzt wieder nach unten. Ich gehe nochmal zu den beiden hin. Oh Gott, das wird eng. Okay, dürfen wir gar nicht. Nicht du. Boah. Okay, weiter nach oben. Wie hat sie geschafft? Ich wurde in der Brust. Wir beide waren. Du und ich. Wer war sie? Was? Ein liebter Freund. Ein vertrauter Partner. Ein brillant Wissenschaftler. Wer ist sie jetzt? Das ist die Frage, die du solltest. Was ist sie das? Ist sie das? Ah, ich glaube, das sieht jetzt nicht so freundlich aus. Die Mara. Oh, Mensch. Nein. Der ganze Spaß funktioniert hier nicht mit. Boost und Wand entlanglaufen. Was macht das denn jetzt? Oh, ganz schön weit weg. Na gut. Was willst du, mich zu tun? Kill Mara, natürlich. Um das zu tun zu tun zu tun, musst du ein paar Dinge wieder lernen und deine Leistung zu verbessern. Aber erstens, jump. Wir müssen zurückkommen. Und es ist viel schneller dieser Weg. Hm, gute Idee. Na dann, machen wir das mal. Ich kann gerade gar nicht zurückgehen. Ah, hier ist jetzt eine Scheibe oder was? Ich wollte gerade Schwung holen, also Anlauf. Das ist ein schönes Spiel. Ein Blick ins Innere. Und das war es jetzt leider, aber hier ist es englisch. Danke fürs Spielen. Du hast die Mission in, naja, bestimmt einer nicht so guten Zeit abgeschlossen. Unter 50 Minuten, aber teile deine beste Zeit auf Social Media und fordere deine Freunde heraus, sie zu schlagen, erhältlich ab 27. Oktober. So, das wollte ich noch sagen, aber gut, das steht hier. Und bestelle Ghostrunner jetzt vor und du hältst 20% Rabatt und zwei exklusive Cyber Katanas. Sehr verdankt. Aber erstmal nicht, aber ich finde das Spiel schon interessant. Ich mag Demos. Schön, dass Demos seit ein paar Jahren wieder deutlich zugenommen haben. Demos sind einfach eine richtig tolle Sache und ich schätze mal Ghostrunner scheint auch eine tolle Sache zu sein. Und mal gucken. Also ich werde es jetzt auf meiner Liste mit aufnehmen. In die Liste der zu spielenden Spiele. Wie war euer Eindruck? Also Cyberpunk-Setting. Das ist was, was mich auf jeden Fall sehr interessiert. Das war jetzt ein cooler Eindruck und das Gameplay hat auch Laune gemacht. Schön schnell, die Ladezeiten, wenn man wieder einsteigen will. Praktisch nicht vorhanden. Sehr, sehr schön flüssig. Wenn man erstmal reinkommt, wenn man seinen Fluss findet, dann geht das richtig ab. Also, meinerseits gerne mehr. Mal gucken, ob und wie und wann. Ich denke mal nicht so bald, aber das überlege ich mir mal. Vielleicht dann spontan doch, aber ich denke mal Ghostrunner wird früher oder später dann auch in der Vollversion hier erscheinen. Also, danke bei euch für euer Zuschauen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann bei der Vollversion wieder oder zwischenzeitlich dann auch woanders, wenn ihr möchtet. Und bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.